Wie gesagt, ich bin kein guter Level 11er einfach. Das ist einfach so. Das ist Fakt, dass ich kein guter Level 11er bin. Und meine Startladung ist auch Fakt, dass sie schlecht ist. Ich muss aber wieder ein Kartenlevel noch hochbringen. Cool, der Eis-Wizard. Und das Traummebi ist extrem schlecht, dass ich nach rechts setzen soll. Nee, das passt eigentlich noch. Gut, perfekt. Wer hat auch ein Miner Level 3? Okay, krass. Wenn die jetzt hier noch überleben könnten, meine Truppen. Das wäre extrem geil. Ja. Babaren und der Lavao. Yo, krass. Er hat einfach besseres Kartenlevel, obwohl er schlechter ist als ich. Für mein Kampfholz. Oh, nervig, nervig, nervig. Mal schauen, wie wir das auf jeden Fall noch wenden können, dafür, dass wir das gewinnen können. Schauen wir mal. Wann kommst du mit deinem zweiten Account in den zweiten Clan? Heute Abend werde ich es machen. Ich brauche, wie gesagt, das Handy von meiner Mutter. Da sind alle Daten drauf. Schick mal einen Link für den Loot. Ausrufezeichen Loot. Und dann geht's los. Danke, Marv. Alter, er hat Eiswutern Level 3. Meiner Level 3. Was ist los hier? Nein, der greift meine Bogenschützen an. Können die bitte überleben? Bitte, 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 bitte. Ja, perfekt. Jo, perfekt, alter. Ich hab noch mal ein geiler Push auf uns zu. Gut, der Set war stark. Egal, mein BB-Trat überlebt noch. Also, looten könnt ihr Ausrufezeichen Loot. Dann geht's ab, Jungs. Oder Rage ein bisschen, obwohl er hat eigentlich alles, was er braucht, um uns zu kontern. So, wer klar sagt, als er dann Lightning kommt, deswegen hat er dann einen Riesen hingesetzt. Ja, keine Chance, der kommt da nicht durch. Ja, mach mal so Zweibugenschützen. So, wie können wir das jetzt gewinnen, ist die Frage. Wie können wir das gewinnen? So, jetzt setzen wir hier mal für den Friedhof nach hinten. Oh, sein Lightning ist halt so nervig. Okay, die Barbaren können wir jetzt aber eigentlich auch nicht mehr viel ausrichten. Dann geht noch mal ein Zap. Jo, das gewinnen wir. Sehr schön. Obwohl er die Barbaren hat. Ja, alle Sparfuchs. Da kommt aber nichts. Ja, warte mal ganz kurz. Äh, was? Äh, ich wollte... Ausrufezeichen Loot zusammen, aber was? Alter Latz. Nein. Krass, Mann. Er läuft doch schon wieder hier, Alter. Also, Lack... Also, zur Zeit geht's echt nach oben. Ähm... Legendäre Karten am Start und so. Öhm, öhm. Die Wemme... Jo, Ari. Der Frauenfeind ist hier, boy. Also, 7600 Gold. 38 Mal der Minenwerfer. 6 Mal der Mega-Lakai. 51 Mal der Skelette. 8 Mal die Barbarenhütte. 100 Mal der Bomber. 104 Mal die Feuergeister. Gehen Richtung Level 12. 19 Mal der Magia. 3 Mal der Prinzessin. Das ist legendäre Karte. Aller Jungs. Es hat sich doch noch gelohnt, zu spielen. Äh, gestern hab ich... Gestern hab ich den Ferndeuter auch gezogen, oder? Oder vorgestern? Vorgestern oder gestern? Ja, Dark, ich hab's gelesen. Geil, Mann. Also, zur Zeit läuft's. Also, es läuft. Es geht schon wieder... Äh... Es geht schon wieder los, Jungs. Ah. Ey, ich muss mal wieder ein Highlight zusammen schneiden von den Karten, die ich gezogen hab. Das ist übrigens, äh... Aber ich zieh auch immer den Inferno-Drachen, also...